was machen wir denn dieses mal was haben wir damit gehen ich werde also wir müssen hier auf jeden fall gewinnen soviel steht fest ich checke ich checke ich checke das ist alles nichts halbes und nichts ganzes ein paar ich werde checken naja aber ich meine das höchste ja ok so viel glück habe ich sonst nie könig und acht ich kohle ich kohle ich kohle check ich checke macht es drauf was haben wir welche farbe haben wir überhaupt ein kreuz ein pik nett toll ach fuck nett 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 komm zu papa gott ich kohle ich kohle machen wir spannender geh mit ich kohle ich werde mitgehen naja ein paar immerhin ich check mal das gibt doch schon wieder nix leute das gibt wieder nix kohle ich mach es einfach mein gott sind wir im arsch wir sind sowas von im arsch aber sowas von im arsch man muss sagen jajajajajaja gut danke fortuna Okay, wie ist denn der Stand? Aha Naja Das letzte Mal hat uns das auch nichts gebracht Also mal lieber nicht zu Sicher Ich rase dich Ach, ihr habt doch alle einen Schlag 10 und 8 Na, damit könnt ihr arbeiten Komm schon, jetzt ein anständiges Blatt Klinkt das gut Check Ich werde erhöhen Wir brauchen nur eine 7 Ja Geh mit Oh Gott Eine 7 Eine verdammte 7 Nein All in Lass sehen, was du hast Ich calle Oh, das sieht gut aus Wir haben auch kein Naja, aber höchste Karte Jetzt kommt's drauf an, Freunde Jetzt kommt's drauf an Ne, höchste Karte habt ihr ja 7 Ja Klasse Das brauchte ich Geil, 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 geil Okay Oh Ja, Baby Das ist meine Runde Ich calle Ich calle Gut Was hat der? 8 und 3 Das heißt, wir haben im Moment zumindest schon mal die höchsten Karten Jetzt, meine Freunde, kommt's drauf an Da ist ein Pärchen, der hat ein 2 Okay, das schafft der Ja, das schafft der Verdammt Doppeltes Paar Egal, es war nicht viel Es war nicht viel Wie viel hat der jetzt? 110 Bei einer guten Runde können wir den trotzdem ausnocken Nocken, nocken, was auch immer Sucht euch was aus Ich geh mit Ja Ja, race mich mal Der geht immer noch all in 8 und König Ne, der ist doch all in gegangen Der hat doch da gar nichts mehr Ach, egal Was haben wir? Ein paar Wie viel hat denn der noch? 50 Wir setzen den all in Ich geh mit Und erhöhe Meine Karten sind scheiße Gott Das brauchte ich 7 und da Full House Booyah Gut Nicht zu fassen, dass ich gewinne Sehr geil Wie viel hatten wir denn verloren vorhin? 500 Das heißt, wir haben jetzt einen Gewinn gemacht von 1000 Wenn ich das richtig sehe Wir haben 500 gesetzt 1500 Ach ja Ich und Mato Vergesst das Egal Ähm So Na, gewonnen? Ja Haben sie geheult wie kleine Mädchen? Ja Oh ja Ich hab gewonnen, die heulen Sehr gut Jetzt geh ich rein und vermöbel sie Gott Ach man Ach man Nächste Woche schicke ich etwas Geld nach Hause Wie bald Rucksack voll Egal Ich storte vor Gott Danke Wieso ist denn mein Beuterrucksack voll? Da muss ich aber dann nachher noch immer gucken, ne? Da müssen wir aber erst mal wieder was verkaufen Beuterrucksack voll Nicht so was, man schon wieder höher Beuterrucksack voll Der ist wesentlich egal, wie viele Ziele du siehst Mir Du schießt erst, wenn ich das sage Okay Das ist mein Job, oder nicht? Das kann ich den haben Dann kannst du es nicht Ich werde fluss Was sollst du? Geil Ich schreie den Gegner an Ja Ach was ist das denn jetzt für ein Unsinn Gott So Erstmal wieder hier mit der Medizin Dann brauchen wir gleich den Schutzpanzer, den neuen Dann hätte ich natürlich mal gucken können, ob da oben einer rumlag Hi Hey Ich hab dein Zeug zurück Ist kein Zeugs Ein Mann braucht Kontakt zur Vergangenheit oder seine Zukunft ist wertlos Hier Das ist für deine Hilfe Jederzeit Gut Dann bis später, Peter Ich hau jetzt ab, bevor mich die Piraten suchen Viel Glück Danke So Körperpanzer Ja Munition Mütter auffüllen Ja Jetzt will ich mal wissen, was ich hier für ein Kreis Oha Hohohoho Okay Ja klar Durch die ganzen Takedowns Die wir natürlich in der Letzten Zeit gemacht haben Sozusagen Was ist das hier Der Astrid-Vorfall Aha Okay Ähm Was genau soll mir das jetzt sagen? Egal Lassen Gut Wir lassen es dabei Wir marschieren Oder wir fliegen Oder was auch immer Jetzt wieder mal hier rüber Ich würde sagen Wir fangen gerade hier an Mit diesem Brief Mit diesem Brief Mit diesem Brief Mit diesem Brief Also ich hoffe ja mal Dass die Iraki hat Nichts gegen uns haben Ne Ach vielleicht erkennen die uns ja auch Hm Na ja Wir werden es erleben Soh die Passa ist da Gib mir deinen Brief Jetzt Danke Oh mein Gott, das war ein Fehler So Mist, zu spät Scheiße, war der das? Ich glaub schon